Hallo meine Lieben, guten Morgen kann ich nicht mehr sagen, wir haben gleich 15 Uhr. Ich denke mal in wenigen Minuten wird auch Acelia hier zu Hause eintreffen. Die Waschmaschine läuft immer noch zum heute, fünften Mal glaube ich. Ich bin nonstop nur am Sachen zusammenfalten. Ich hatte zwar ein bisschen weniger Wäsche, aber ich habe jetzt auch die Sachen, die wir im Winter ja die ganze Zeit an hatten, also Winterjacken und alles, habe ich jetzt rausgeholt und als ich dann in diesem Raum war, wo die Sachen hingen und ich sie zu mir genommen habe, habe ich angefangen zu niesen. Oh mein Gott, ich bin sowas von happy, jetzt die Klamotten alle auch mal einmal durch den Trockner durchjagen zu können, weil dieser ganze Staub ist mir jetzt erspart geblieben. Ich habe letztens unten nämlich Sachen zusammengefaltet und danach konnte ich alles nochmal wischen, also im Esszimmer war das gewesen. Und ja, die Sachen werde ich hier nicht mehr aufhängen. Es kommt jetzt alles raus, es liegt hier so einiges. Es ist nicht viel, es sieht immer nur mehr aus, als es eigentlich ist. Es sind nur ein paar kleine Sachen. Doch trotzdem werde ich gleich alles mit Acelia rausmachen und nochmal durchwischen und dann wird dieser Raum zugemacht und keine Wäsche mehr hier aufgehängt. Die Kinder können spielen, müssen danach aufräumen. Und wir holen mal die Kinder ab und machen mit denen Haushalt. Die Acelia ist mittlerweile da. Hier wird es kein bisschen besser. Ihre Freundin ist aber mitgekommen. Die haben sich sofort die DVD angemacht. Chipmanns. Schauen sie. Und ich möchte, ich bin mit dem Standbild hier nicht zufrieden. Also Trump, nee. Sieht das nicht ein bisschen seltsam aus? Oder geht's? Ach, egal. Ich habe jetzt kein besseres gefunden. Upload dauert sehr lange. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch meinen Laptop ein bisschen auf Vordermann gebracht und habe dort Final Cut runtergeladen. Man bezahlt es einmal und kann es auf verschiedenen Geräten hochladen. Das habe ich jetzt gemacht auf meinem Macbook. Aber da steht, der Kauf ist noch nicht abgeschlossen. Ich kann es nicht installieren, weil das Betriebssystem zu alt ist. Das muss ich jetzt erstmal neu machen. Verstehe aber trotzdem den Satz nicht, der Kauf ist noch nicht abgeschlossen. Der ist schon längst abgeschlossen. Ich hoffe, ich muss das nicht irgendwie nochmal neu kaufen. Eventuell bin ich mit dem falschen Account dort angemeldet. Ich hoffe aber nicht, weil von den anderen Accounts, ich habe zwei Stück, weil ich immer alles vergesse, habe ich dann irgendwann noch eins aufgemacht. Das Passwort von den anderen weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ich bin wieder im Zimmer von der Achela. Ich habe das hier weggerückt. Ich muss unbedingt hier überall Staub fischen. Die Kinder haben hier ganz toll etwas aufgebaut. Ich habe alles leider weggemacht, weil guckt euch das mal an. Das ist alles einfach nur durch die Wäsche, die ich hier hingehängt habe. Ich habe hier so oft sauber gemacht. Letztens gerade erst alles gewischt. Und nur weil ich diese Sachen hier getrocknet habe, war wieder, guckt euch das mal an. Es ist noch keine Woche, wo ich alles, alles komplett sauber gemacht habe. Ja. Und das werde ich halt jetzt nochmal machen. Und dann hier auf keinen Fall mehr Wäsche aufhängen. Hier habe ich auch alles abgezogen, um alles richtig schön sauber zu machen. Ich dachte mir, ich mache mal eine ganz kurze Szene. Das ist jetzt, nachdem ich bereits wie viele Waschmaschinen gewaschen habe? Ich glaube, so um die acht. Und das ist noch eins, zwei, eventuell drei. Das ist von Achela vom Bett. Und das ist auch noch Bettwäsche. Da wird noch was dazukommen. Und hier sind so gelbe Wäsche. Und da wäsche ich noch eine. Also eins, zwei, drei, vier. Dahinter ist noch pink und rot. Sechs. Haha. Jo, meine Lieben, ich laufe die ganze Zeit mit der Kamera durch die Gegend. Nehme aber nichts auf, weil ich erst so einen riesengroßen Hunger hatte. Und danach, nachdem ich Backfisch gegessen habe, wurde ich so müde, dass ich mich kaum noch auf den Beinen halten konnte. So, das ist mein Trockner. Ich bin immer noch so was von verliebt, weil schaut euch mal an. Das sind Down-Jacken. Die hier ist, glaube ich, eine Down. Und dann müsste noch eine drin sein. Und die sind wieder so wuschig und wuschelig. Ich habe sie mit per Woll, Wolle und Feines gewaschen. Und ja, wie neu. Yes, endlich. Und riecht auch noch total schön. Ich habe aber auch so Tücher reingemacht. Ein Tuch, nicht Tücher, sondern eins. Ähm, Moment, da. Ja, das ist von Lenore. Extra für den Trockner. Und es gibt nur einen sehr dezenten Duft ab, weil ich mag das nicht, wenn es zu stark ist. Ja, finde ich so ganz cool. Das erste Mal jetzt ausprobiert, weil die Tücher liegen locker seit einem halben Jahr bei mir. Oder einen Jahr, weil danach sich mein Trockner verabschiedet hat. Juhu. Ähm, ich bin ein bisschen sprachlos. Das räumt ihr gleich nochmal auf. Ähm, Achille. Hoi. Welches Kind war denn das? So, also Achille macht sich gerade ein Möhren mit Apfel und Limette? Nee. Salat? Oh, ich will keine. Ah. Ja. Achille, Schatz, was machst du da? Das ist doch keine Knete. Aber ich mache das so. Äh. Schon ein bisschen eklig und so. Mama, ich habe mir auch gelesen. Ich habe mir kurz gegeben. Sie sagte, äh. Die Isel wollte dir was davon geben. Das, als würdest du das alles essen, Michael. Wir hatten das gebastelt. Ichi, was du das? Beides? Ja. Ah, ich habe ja letztens so ein Buch, so ein Bastelbuch gekauft und das hat sie daraus gemacht. Den Pinguin hat sie im Kindergarten gebastelt. Und das hier zu Hause. Wir haben eben kein Kleber mehr. Da sieht man, sie hat improvisiert und das Ganze einfach mit Tesafen zusammengekippt. Und ich gucke mal nach Gianni, weil der ist draußen in den Hof. Oh. Ähm. Ich musste mich um den Jan kümmern, weil er draußen sich so dreckig gemacht hat, dass ich ihn direkt dann in die Badewanne machen musste. In der Zwischenzeit sollte die Isel das hier aufrufen. Ich habe sie jetzt viermal gerufen. Ichi, wenn du mal älter bist und auch das hier siehst. Hm. Äh, ja. Viermal habe ich sie wirklich gerufen. Jetzt war ich mir hundertprozentig sicher, dass wenn ich komme, es sauber ist. Ich glaube, sie ist noch nicht mal nach unten gekommen. Dabei habe ich so geschimpft. Wenn ihr gerade an meinem Haus vorbeigegangen seid und eine kreischende Stimme war da. Das war ich. Da habe ich gerade sauber gemacht. Und da hat Gianni schon wieder was veranstaltet. Nein. Nein. Mami. Mami. Guck mal, Jashat. Jashat. Ja, die Älter. Mama. Ja, Schatz. Ich kriege Alzheimer. Du bekommst Alzträume. Nee. Uro. Die Anna. Anna. Ja. Oh. 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 Wie stinkt? Mama. Warte. Mama. Da. Warte. Da. Nein. Anna. Oh nein. Anna. Man kann nicht sagen. Nein. Anna. Anna. Oh nein. Anna. 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 Nein. Mama. Ja, Schatz. Oh nein, armer Olaf. Schatzi, das ist so süß, aber geh schlafen. Olaf, nee, nee, Olaf. Olaf. Oh. Wo ist das Rentier? Das. Ist das ein Rentier? Machen wir ein Rentier draus. Das. Wo ist das Rentier? Das. Das ist ein Rentier? Nein. Nein. Ruhig. Mama, du kennst hier. Das ist das. Mama, wo ist das? Das ist das. Das ist das. Super. Und jetzt geht das. Ich wünsche euch eine gute Nacht, umgesehen und morgen. Wenn hier P gestanden hätte, dann hättest du das runterdrücken müssen. Und du musst auf D zurückziehen. Drauf drücken und auf D. Dann, wo ist das? Dann, hörst du mal da richtig? Da. Richtig fest. Dann, hörst du dich da fest. Dann, hörst du dich da fest. Oh. Oh. Dann, hörst du dich da fest. 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 Bis zum nächsten Mal.